Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Vortrag Nachrichtendienstliche Totale Überwachung Gefahren für unsere Demokratie. Mein Name ist Jens Stomber, ich bin in der Piratenpartei der Bundesbeauftragte für das Thema NSA-Skandal und verfolge deswegen die verschiedenen Enhüllungen, die man in den Medien hört, sehr intensiv und habe mir da auch jede Menge Hintergrundmaterial angeeignet und möchte deswegen heute, auch weil das für uns ja ein wichtiges Kernthema ist, dazu hier referieren. Genau, ja immer hereinspaziert, immer hereinspaziert, bitte Platz nehmen, hier vorne sind auch jede Menge Plätze frei und weil wir ja eine relativ kleine überschaubare Gruppe sind und weil wir auch eine jede Menge Zeit haben, würde ich es auch so halten, Fragen können jederzeit gestellt werden, das heißt, wenn jemand Fragen hat, hier gibt es Mikrofone, die kann man sich dann geben lassen von dem netten jungen Mann und wir können auf alle Zwischenfragen eingehen. Genau, ja, meinen Vortrag habe ich grundsätzlich so in drei Teile gegliedert. Also ich möchte erstmal einen Überblick geben über die Architektur des globalen Überwachungsapparates, darüber berichten, wie die NSA, mit welchen Methoden die NSA eigentlich weltweit das Internet überwacht. Ich möchte dann auf Reaktionen aus der Politik eingehen und ich möchte darüber sprechen, welche Bedeutung die nachrichtendienstliche Totalüberwachung für unsere Demokratie hat. Fangen wir also an, mit welchen Methoden arbeitet der amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA. Es sind in der Vergangenheit relativ viele Unterlagen im Umlauf gewesen, von Edward Snowden, aber auch aus anderen Quellen und es sind halt ganz, ganz viele Dinge geschrieben worden. Und jeden Tag kommen irgendwelche neuen Enthüllungen raus und es geht immer um irgendwelche Siegats oder Prisms oder X-Keyscore oder irgendwelche Begriffe. Vom Prinzip her kann man aber sagen, dass man grundsätzlich das alles, was die NSA da tut, in drei verschiedene Kategorien unterteilen kann. Und das sehen wir dann hier auf dem Bild. Und zwar... Das eine ist, die speichern die Telefonverbindungsdaten, das heißt, wann wer mit wem telefoniert hat. Das kann man vergleichen etwa mit der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Dann ist es so, dass die... Facebook oder Google. Daten abgreifen in den USA. Und dann machen Sie noch was anderes. Und zwar, Sie zapfen halt den, sage ich mal, den Internet-Backbone an. Und da kann man grundsätzlich drei verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass man... Dann gibt es die Möglichkeit, Satellitenkommunikation mitzuschneiden. Und es gibt auch die Möglichkeit, Unterseekabel anzuzapfen. Das fällt dann halt in... Diese Daten werden halt alle zur NSA geroutet im Wesentlichen, werden da abgespeichert auf irgendwelchen Großrechenanlagen und können dann halt ausgewertet werden von Analysten. Und die erstellen dann daraus eben Lagebilder. Das heißt, das sind vom Prinzip her die verschiedenen, sage ich jetzt mal, Informationsquellen, die die NSA da betreibt und hat. Genau. Und die haben einen zunehmenden Schwierigkeitsgrad. Das mit den Telefonen, das machen die schon länger, weil Telefone gibt es ja schon länger. Das ist relativ einfach. Denn das hier ist relativ neu, aber ziemlich ergiebig. Und das hier ist, sage ich mal, so die hohe Kunst der nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Nach meinem zugegebenermaßen leidenhaften Verständnis. Genau. Jetzt wollen wir diese Maßnahmen im Einzelnen nochmal behandeln. Und genau. Wir fangen jetzt also mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverbindungsdaten an. Das war ja auch die erste Enthüllung von Edward Snowden. Das war, glaube ich, Anfang Juni. Da hat Edward Snowden enthüllt über den Guardian, dass der Auslandsgeheimdienst NSA in den USA Telekommunikationsverbindungsdaten, also alle Telekommunikationsverbindungsdaten der großen Telekommunikationsanbieter aufzeichnet. Und zwar unbegrenzt. Er hat dazu einen entsprechenden Warrant oder einen entsprechenden Beschluss von einem geheimen Gericht veröffentlicht, der sich auf die Firma Verizon bezog. Ich möchte das jetzt nochmal im Detail erläutern, was dort eigentlich genau gemacht wird. Das heißt, es gibt eben Telefongesellschaften, die in Deutschland und Deutsche Telekom, die gibt es auch in den USA, und die betreiben ein Telefonnetz. Und die NSA ist ja eigentlich ein Auslandsgeheimdienst. Das heißt, eigentlich ist es für die ungewöhnlich, dass die im Inland in irgendeiner Form Daten aufzeichnen. Das dürfen die eigentlich nur im Ausland vom Prinzip her. Das, was dann dort aber gemacht wird, ist, es werden sogenannte Call-Detail-Rekords aufgezeichnet. Das sind halt die Telefonmetadaten. Das heißt, welche Nummer hat mit welcher anderen Nummer telefoniert? Wann war das? Wie lange hat das Gespräch gedauert? Wie hoch war die Rechnung? Wer hat diese Rechnung beglichen? Das heißt, im Wesentlichen ist es eigentlich, wer ruft wen an? Und dann gibt es noch ein paar andere Parameter. Kam der Anruf zustande? Kam er nicht zustande? Und so weiter. Das kann man in Telefonanlagen konfigurieren. Das ist aber, im Wesentlichen geht es aber darum, wer hat mit wem dort gesprochen. Und der Umfang der Daten, die da aufgezeichnet wird, sind eigentlich alle Inlands- und Auslandsgespräche in den USA. Das heißt, in dem Sinne, immer dann, wenn es einen Auslandsbezug gibt, aber auch nach meinem Verständnis, alle Inlandstelefonate werden da also aufgezeichnet. Und die werden unbefristet gespeichert. Und das Verfahren, was angewendet wird, ist, dass es regelmäßig eine geheime Verfügung gibt, die jeweils um drei Monate verlängert wird. Das heißt, das, was bei dieser Geschichte auch besonders brisant war, war eben anders als bei der Vorratsdatenspeicherung bei uns in Deutschland, wo es ja ein Gesetz dazu gibt und es allgemein dann bekannt gemacht wird, ja, wir beschließen jetzt eine Vorratsdatenspeicherung, hat das dort offiziell niemand gewusst. Das heißt, diese Datenerfassung gab es nicht. Es war also nicht offiziell. Es ist also eine verdeckte Maßnahme, wo die Bevölkerung auch nichts davon weiß. Und das war eben auch das, was in den USA zu einer großen Welle der Empörung geführt hat, weil gerade eben Amerikaner da sich drüber aufgeregt haben, dass sie nun auch selber überwacht werden von ihrem eigenen Auslandsgeheimdienst. Also das war eigentlich der springende Punkt dabei. Und die betroffenen Unternehmen waren eben diese großen Telefongesellschaften. Und ein Argument dafür, dass diese Überwachung halt nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, wie bei der Vorratsdatenspeicherung, ist auch das gewesen, dass man gesagt hat, man möchte dadurch den sogenannten Chilling-Effekt vermeiden. Der Chilling-Effekt ist, wenn ich in einer Gesellschaft Überwachungsmaßnahmen einsetze, zum Beispiel, das machen ja meistens, machen das ja irgendwelche Regime, wie zum Beispiel in der DDR mit der Staatssicherheit, dann trauen sich Leute halt einfach nicht mehr bestimmte Dinge zu sagen, weil sie mit Repressalien fürchten, weil jeder das, wenn das überwacht wird. Und dann hat man so argumentiert, naja, wir wollten negative soziologische Effekte in der Gesellschaft vermeiden, deswegen haben wir das halt geheim gehalten. Dieses Argument ist natürlich nicht wirklich sinnvoll, weil sowas kann man nicht wirklich geheim halten. Und es ist ja auch so, dass es schon vorher immer diesen Verdacht gegeben hat. Aber letztendlich war das immer so, dass es nur Insider gab, die von irgendwelchen Dark Rooms bei Telefongesellschaften was erzählt haben. Aber es gab eben nicht diese Unterlagen. Snowden hat eben genau diese Unterlagen für die Firma Verizon exemplarisch veröffentlicht. Und damit konnte es in den USA eben auch keiner mehr abstreiten. Dann ist ja aber so argumentiert worden, ja, diese Daten werden ja von niemandem gelesen. Sie werden ja in dem Sinne nur in einem Computer gespeichert. Und ein Computer filtert dann nach irgendwelchen verdächtigen Sachen vielleicht. Da muss man sagen, ja, aber potenziell kann man sich die natürlich anschauen. Das, was man auch noch sagen muss, was auch dabei ganz interessant ist, ist im Unterschied zum Beispiel zu einer deutschen Vorratsdatenspeicherung, ist es in den USA so, dass der Datenowner die NSA ist. In Deutschland ist ja diese Vorratsdatenspeicherung so gedacht, zum Beispiel die Telekom macht eine Vorratsdatenspeicherung, das heißt, die speichern für ein Jahr, mit wem ihr telefoniert habt. Und diese Daten sind bei der Telekom abgelegt. Dann kommt irgendjemand, also zum Beispiel Kommissar Derrick, und sagt halt, ihr seid verdächtig, und er möchte jetzt gerne wissen, mit wem ihr telefoniert habt. Dann geht er zur Telekom und muss dort einen richterlichen Beschluss vorlegen, damit er an diese Daten drankommt. Dann bekommt Kommissar Derrick diese Daten. Ein halbes Jahr später kommt Kommissar Schimanski und sagt, ihr seid verdächtig, er möchte diese Daten haben. Dann geht er wieder zur Telekom, dann braucht er wieder einen gerichtlichen Beschluss, den legt er wieder vor, dann kommt er wieder an die Daten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf diese Daten zugreifen will, wenn ich die Polizei diese Daten einsehen will, muss ich halt in irgendeiner Form einen richterlichen Beschluss haben. Das ist nun in den USA komplett anders. Da ist es so, ja? Das ist Bestandsdatenauskunft. Nach meinem Verständnis ist es... Also wir haben ja in Deutschland zum Glück doch keine Vorratsdatenspeicherung. Nach meinem Verständnis ist es eigentlich so angedacht, wenn ich von der Polizeibehörde bin und ich möchte an diese Daten ran, dann kann ich die nicht einfach irgendwo abfragen, sondern ich muss eigentlich jedes Mal bei der Telefongesellschaft halt vorstellig werden und die Daten sind auch bei der Telekom abgespeichert. Das heißt, die Polizei betreibt da keine eigene Datenbank. Aber die haben da recht oder so Hinschlein, so Hinschlein, so Hinschlein, so Hinschlein, so Hinschlein auch zugreifen. Nach meinem Verständnis bei Telekommunikationsverbindungsdaten eigentlich in der Form halt nicht. Also mindestens müssen die jedes Mal, wenn sie irgendwie zugreifen, also wenn sie an die Daten ran wollen, dann müssen sie eigentlich dort irgendwas vorzeigen. Das heißt, sie brauchen jedes Mal einen richterlichen Beschluss. Worauf ich hinaus will ist, in Deutschland war das halt so angedacht, dass eigentlich die Telekom selber der Daten-Owner ist. Das heißt, der hat eine Datenbank, hat er die Daten drin und wenn jemand da ran will, das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Abfragen mache, dann brauche ich auch 100 Beschlüsse und die Telekom hat dann eben auch 100 Vorgänge dokumentiert. Das heißt, es gibt also quasi da eine Art Vier-Augen-Prinzip. Hier ist das halt ein komplett anderer Film. Hier ist es halt so, die Daten werden bei der Telefongesellschaft erstmal gesammelt, aber die werden dann an die NSA übertragen. Das heißt, die NSA betreibt ihre eigene Datenbank, werden wir auch noch dazu kommen, was sie da betreiben. Die betreiben ihr eigenes Rechenzentrum und all diese Daten werden da abgespeichert und zwar unbefristet. Wenn die Daten dann einmal bei der NSA sind, dann kann die NSA damit eigentlich mal machen, was sie will. Das heißt, Agent X möchte auf die Daten zugreifen, kann er ohne irgendwelche Beschlüsse. Agent Y sagt, er hat einen neuen Algorithmus, um Verdächtige zu finden, kann er darauf anwenden. Das heißt, hier ist es so, die Daten werden einmal, wenn sie entstehen, gleich fließen die gleich zur NSA, sind dann quasi bei der NSA, werden die gehalten und die NSA ist der Daten-Owner und kann damit eigentlich auch machen, was sie will. Das heißt, es gibt eine Verfügung Verfügung für drei Monate für jede Telefongesellschaft, dass die Telefongesellschaft diese Daten rüberschicken muss und das ist es. Danach bleiben die unbefristet gespeichert. Das heißt, das, was da auch passiert ist, ist, das sind eben 1,9 Billionen Telefonate mittlerweile, 3,38 Petabyte, das sind sehr viele Daten und das ist alles, was in den letzten fünf Jahren angefallen ist. Und die stehen dann eben auch der NSA und dem FBI zur Verfügung. Das war in dem Sinne das Thema Telekommunikationsverbindungsdaten in den USA. Gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Markus, du schaust so. Nee. Okay. Also, nächster Punkt ist das Thema Prism. Bei Prism geht es darum, dass die NSA direkt auf die Daten zugreift, die bei Social-Media-Diensten oder Cloud-Anbietern gespeichert sind. Und das sind nicht nur die, die hier jetzt auf der Folie sind, aber ich habe jetzt nur exemplarisch mal die wesentlichen vielleicht aufgeführt. Es gibt ungefähr neun Firmen, für die das bisher bekannt ist, dass es dort so läuft. Vom Prinzip her muss man da auch wieder sagen, es ist so, es gibt über dieses Geheimgericht FISC, gibt es einmal im Jahr eine Verfügung, wo das Gericht eben die Firmen dazu verdonnert, dass sie diese Daten für ein Jahr zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, es ist eine gerichtliche Entscheidung einmal im Jahr. Die wird immer um ein Jahr verlängert. Das Ergebnis von dieser gerichtlichen Entscheidung ist, dass die Firmen für die NSA Schnittstellen einrichten müssen. Das sehen wir quasi hier. Das sind diese roten Punkte. Das heißt, eine Firma Google oder eine Firma YouTube, das ist ja auch Google, aber diese verschiedenen Dienste, die eben Systeme betreiben, Datenbanken betreiben, die müssen eben mit der NSA-Sichter abstimmen, welche Merkmale die NSA haben will. Die müssen eine Schnittstellenspezifikation machen, die müssen ein XML-Schema definieren, über die man halt direkt auf den Daten des jeweiligen Anbieters Google, YouTube, Microsoft, Facebook Suchabfragen und ausführen kann. Das ist erst mal und die müssen dann eben angebunden werden ans Rechenzentrum der NSA. Und da ist es eben so, dass die, dazu wird eben auch vor Ort bei den Diensten in dem Rechenzentrum von denen halt Hardware installiert und das macht das FBI in dem Fall. Das heißt, das FBI stellt dort halt Server auf, die werden mit den Systemen von den Anbietern gekoppelt. Genau. Und dann werden die eben angeschlossen an das Netzwerk der NSA. Und wenn jetzt, sage ich mal, ein Agent der Meinung ist, er möchte gerne was über jemanden erfahren, zum Beispiel sagt jemand, der Markus Komper, der ist verdächtig, ich möchte Komper abfragen, dann ist es halt so praktisch, es gibt dann hier also einen Agenten und er macht eine sogenannte Tasking-Abfrage. Tasking heißt, dass die Online-Aktivitäten von einer Person jetzt lückenlos erfasst werden sollen. Dieser Mensch soll also quasi online observiert werden, sozusagen. Und da kann man eben verschiedene Sachen angeben, Namen kann man angeben, Internetadressen, Schlüsselbegriffe, da kann man diverse Abfragen definieren. Das gibt er in ein System ein, das nennt sich Universal Tasking Tool, da kann er das eingeben. und als nächstes ist es so, dass quasi diese Abfrage zu einem zweiten Agenten geht. Das muss ein Agent sein, der sich thematisch mit dem gleichen Thema beschäftigt bei der NSA, also quasi ein Kollege aus der gleichen Abteilung oder so. Und der muss halt prüfen, ob diese Abfrage statthaft wäre. Warum? Weil wir sind ja jetzt in den USA, wir fragen ja als Auslandsgeheimdienst in den USA Daten ab und da darf man ja keine Daten über Amerikaner abfragen. Deswegen ist es so, dass dieser zweite Agent jetzt mal überprüfen muss, ist es ein US-Bürger oder ist es kein US-Bürger, ist es außerhalb der USA. Und die Wahrscheinlichkeit muss dabei größer als 51% sein, das ist die Faustregel, dass der zweite Agent das also so einschätzt. Das heißt, es gibt eben einmal im Jahr diese Autorisierung über das Gericht, danach für jede individuelle Abfrage oder individuell die Daten von Personen heranzuziehen, auszuwerten, das machen dann die Agenten unter sich aus. Das heißt, da gibt es dann keine gerichtliche Instanz oder keinen Warrant oder irgendeinen richterlichen Beschluss. Das machen die beiden unter sich aus und wenn die sich da einig sind, dann passt es. Gut, wenn der zweite Agent sagt, das passt, dann geht quasi in die Abfrage hier rüber zu den Dienstanbietern und zwar hier, wo die entsprechenden, sag ich jetzt mal, Datenbankkonnektoren sind. Ich weiß nicht, wer hier auch mit Business Objects zu tun hat. Also es gibt jetzt diese Schnittstelle und alle diese Schnittstellen, die muss man sich jetzt so vorstellen, wie, sag ich mal, die kleine Schwester, die in den Wald geht, Pilze suchen. Und da gebe ich jetzt was mit und sage, geh mal da in den Wald und pflück mir mal, bring mir mal das und das und das mit. Das heißt, diese Schnittstelle fängt jetzt an, die Datenbank bei Google abzufragen, halt, was wissen wir über Markus Compa, was wissen wir zum Begriff XY und generiert halt, kriegt dabei Daten zurück und das passiert dann bei allen diesen Diensten. Okay, das heißt bei Google, bei YouTube, bei Microsoft, bei Skype, bei Facebook und diese Daten fließen dann über diese Systeme vom FBI, über die Server, die das FBI aufgestellt hat, fließen die zurück an die NSL und dort passiert halt folgendes, da werden diese Daten halt sortiert und abgelegt. Das heißt, die werden dann sortiert nach E-Mails, Chat, Telefonaten, Video-Chat und so weiter und so weiter und diese Daten werden dann bei der NSL in verschiedene Datenbanken, da gibt es halt diverse, das ist eine ziemlich, ziemlich wüste Welt, aber ich habe es mal versucht, ein bisschen einfacher darzustellen, es gibt eben E-Mail und Text, es gibt eben Sprache oder Voice, Telefonate oder so, es gibt eben Media, das wären irgendwelche Videos, es gibt Sonstiges, wo vielleicht File-Transfers abgelegt werden oder Daten, die allgemein in der Cloud gespeichert sind, es könnten auch Fotos sein oder so, ja, diese Dinge werden dort alle in irgendwelche Datenbanken reinsortiert und das System gibt dann eigentlich dem Agenten eine Rückmeldung, was jetzt eigentlich diese Suche erbracht hat und er sieht das alles auf seinem Bildschirm und da ist es eben so, je nachdem, wie diese Schnittstellen geartet sind, dauert so eine Abfrage dann von Minuten bis Stunden, das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, einmal ein solches Tasking angestoßen ist, dann sammeln diese, werden diese Daten also permanent erhoben, das heißt, wenn ich jetzt einmal den Herrn Komper da eingegeben habe, dann gehe ich abends nach Hause, am nächsten Tag komme ich wieder in mein Büro, mache meinen PC an, dann sehe ich halt, aha, okay, der hat jetzt gestern 22 Mails geschrieben, zack, 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 das wird dann alles angezeigt, weil das wird immer regelmäßig abgefragt, das fließt also regelmäßig halt zur NSR hin und so werden also die Aktivitäten von den Leuten dann lückenlos überwacht. Das ist ein sehr effizientes Verfahren, weil da muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen, werden wir später noch sehen, welche Daten sind jetzt wirklich von Interesse, welche sind wirklich wichtig, welche sind unwichtig, weil man kann ja mit dem Dienstanbieter, mit der Schnittstelle genau definieren, was man da genau haben will und das kriegt man dann eben von dem auch auf dem goldenen Tablett serviert und kann das deswegen sehr effektiv halt abspeichern und auswerten. Genau, was man noch sagen muss ist, jetzt kann natürlich folgende Situation eintreten und zwar, ich habe gesagt, wir hören jetzt halt den Herrn Komper ab und gebe das ins System ein, weil ich davon ausgehe, er ist kein Amerikaner. Jetzt kriege ich dann die Antworten und wenn ich mir das alles angucke, dann stelle ich fest, Hilfe, der ist doch Amerikaner. Jetzt habe ich also einen Amerikaner abgehört. Naja, und dann muss ich eigentlich das berichten. Das heißt, dann muss ich sagen, okay, wir haben da aus Versehen so und so viel mal halt doch Daten von Amerikanern abgefragt. Jedes Mal, wenn so eine Abfrage gemacht wird, gibt es dazu so eine Art Log-File und das geht auch an die CIA und an das FBI. Und da ist es dann eben so, dass es einmal offenbar bei der NSA eine interne Gruppe gibt, die so ein Audit machen soll und es gibt noch mal eine weitere Gruppe vom FBI, die es überprüfen soll, ob diese Abfragen auch alle Nicht-Amerikaner betroffen haben. Wir wissen aber, dass es in vielen Fällen offenbar nicht geklappt hat. Das heißt, als es dann irgendwie auffiel, Mensch, da waren aber jede Menge Amerikaner auch mit dabei, hat man dann gesagt, der Mensch, was sollen wir jetzt da irgendwelche Berichte schreiben, sparen wir uns das doch. Also jedenfalls, wenn man den Medienberichten glauben darf, sind ja da verschiedene Datenschutzverstöße, die man da eigentlich hätte melden müssen, dann nicht gemeldet worden. Genau. Ja, das ist ein sehr effizientes Verfahren, weil man kriegt diese Daten gewisserweise schon irgendwo vorverdichtet, sage ich jetzt mal. Als jemand aus der Autoindustrie würde ich jetzt mal mit einer Art Turbolader vergleichen, wo die Daten halt von den Firmen schon eigentlich vorverdichtet halt da in den Ansaugtrakt irgendwo reinströmen. Genau. Gibt es da noch Fragen dazu? Dann kommen wir zum, ach genau, dann wollte ich noch was zu den Zahlen sagen. Die Firmen haben ja dazu auch alle irgendwelche Zahlen bekannt gegeben. Das hört sich dann auch gar nicht unbedingt so viel an, wenn man das jetzt mit diesen Call-Detail-Records vergleicht. Wir wissen nicht, was jetzt wirklich dahinter steckt. Google hat sich ja geweigert, genauso zu berichten wie die anderen. Und die Frage ist auch, was eine Anfrage ist. ob eine Anfrage jetzt eben zum Beispiel bedeutet, verfolge alle Online-Sitzungen von Herrn Komper oder ob eine Anfrage jetzt eben bedeutet, gib mir die eine E-Mail. Das ist irgendwie nicht ganz klar geworden. Man muss davon ausgehen, dass hier, sage ich mal, in einem extrem hohen Maß halt flächendeckend Leute überwacht werden. Man sollte sich davon den Zahlen halt nicht blenden lassen. Okay. Jetzt haben wir das Thema Telefon-Metadaten und Daten aus sozialen Netzwerken und Cloud-Diensten behandelt. Jetzt gibt es noch was anderes. Und zwar, hier sieht man halt Prism. Das heißt, da sauge ich halt in den USA bei Google direkt die Daten ab. Aber es gibt ja auch Leute, die im Internet unterwegs sind, ohne Facebook und Google zu nutzen. Und auch die muss man ja überwachen. Und auch die könnten ja Terroristen sein. Und dafür gibt es ein anderes Programm. Das nennt sich halt Upstream. Und Upstream bezieht sich eben auf Fieberkabel und Infrastruktur. Das können eben auch Rechenzentren, Satellitenverbindungen sein, die eben abgehört werden, wo die Daten halt in die USA reinkommen oder wo sie eben schon drin sind. Und das ist in dem Sinne eigentlich nochmal eine ganz andere Qualität. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Genau. Und in dem Zusammenhang ist eine Software auch, hat sich da besonders hervorgetan und zwar ist das die Software X-Keyscore. Genau. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken hier zu dem Thema X-Keyscore. Da hätte ich auch ein kleines Video, wo uns jemand auf YouTube dazu was erzählt hat in der Tagesschau. Ich will jetzt hoffen, dass das halt funktioniert. Wenn das jetzt nicht läuft, dann scheint offenbar schwierig zu sein. Dann würde ich sagen, dann schenken wir uns das halt. Mir ging es darum, an der Stelle vielleicht nochmal darzustellen, es wird immer behauptet, bei dem X-Keyscore, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das macht man ja irgendwie nur im Ausland für ausländische Verbindungen. Ich will jetzt einfach nochmal darüber was erzählen, was X-Keyscore ist und wie das damit zusammenhängt. Vom Prinzip her funktioniert X-Keyscore vom Prinzip her ganz ähnlich wie bei Prism. Das heißt auch, ich gebe dort bestimmte Schlagwörter ein und kriege eigentlich alle möglichen Kommunikationsvorgänge oder Daten zurückgeliefert. Es ist aber von der Umsetzung her sehr viel komplizierter. Vom Prinzip her ist es wieder so, ich habe dieses Universal Tasking Tool und gebe dort meine Abfrage ein und dann gibt es eben offenbar einen X-Keyscore Web-Server und der sammelt erstmal diese Anfragen und schickt die weiter an, sage ich mal, diese roten Punkte, die wir gesehen haben, also um Abfragen zu stellen, an sogenannte Sites. Und eine Site kann in dem Sinne eine Satellitenanlage sein, oder eben ein Rechenzentrum oder eine Unterseekabelkreuzung. Hier sieht man jetzt mal, hier sind drei Arten genannt, dieses F6 HQS, das ist was ganz Spezielles, dieser Special Collection Service, die würde ich mal ein bisschen ausblenden, das muss man sich so vorstellen, das ist so eine Truppe, wie man die halt aus diesen Agentenfilmen kennt, Mission Impossible, das sind also Leute, die spezielle Objekte erschließen, nachrichtendienstlich, das heißt, die seilen sich aus dem Hubschrauber da irgendwie bei Nacht ab oder brechen da irgendwie nachts ein mit solchen Methoden, das machen die aber nur selten, die verwandeln meinetwegen auch Botschaften oder so, das ist halt eine ganz spezielle Truppe, die machen aber kein Massengeschäft, sondern die hören dann ganz gezielt Leute ab, das was aber für uns jetzt für diese Massenüberwachung vor allen Dingen von Interesse ist, ist eben einmal Satellitenüberwachung und das hier sind halt Kabel, das heißt, das sind Kabel in Rechenzentren oder Unterseekabel, die Leute geben dort quasi ihre Abfrage ein, diese Abfrage geht, so wie sie sonst an Google gegangen ist, an diese verschiedenen Sites und dort werden diese Daten dann halt gesammelt und da sehen wir halt, es gibt eben 150 solcher Sites und man vermutet halt eben, dass eine davon zum Beispiel der D6-Knoten in Frankfurt ist oder der Amsterdam Internet Exchange oder eben Atlantic Crossing 1 von dem Unterseekabel oder das Unterseekabel halt auf Cutwick. Das sind die Slides auch von Edward Snowden, es gibt also diese 150 Sites und jetzt ist es halt so, da muss man sich ja so vorstellen, wir hatten, ich gehe vielleicht einfach nochmal hier zurück, wir hatten, hier hatten wir gesehen, die Daten werden bei den Firmen abgefragt, kommen dann sofort zur NSL, das heißt, der ganze Datenstrom geht zur NSL und wird dann hier sortiert. Das funktioniert dort nicht mehr, weil das Problem ist halt, wir sind ja jetzt verteilt und wir können halt, also wir haben in einem Unterseekabel einen riesengroßen Datenstrom, da ist wesentlich mehr auch Datenmüll drin, den wir gar nicht haben wollen, hier kriege ich die Daten ja komprimiert, aber wenn ich quasi hier unterwegs bin, dann höre ich meinetwegen wirklich ein Unterseekabel ab und dann kriege ich dort halt massenweise Daten, die kann ich alle gar nicht zurück in die USA schicken, dafür habe ich die Bandbreite nicht, ich kann sie auch nicht abspeichern, weil das einfach zu viel wäre, das heißt, ich muss aus diesem Datenstrom die interessanten Daten rausfiltern und das muss ich dort vor Ort machen, wo ich diesen Datenstrom abgreife, das kann ich nicht erst zurück in die USA routen und dann dort auswerten, ich gebe einfach mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, jemand schaut halt zum Beispiel eine Talkshow im Fernsehen oder nehmen wir mal an, jemand schaut jetzt einen Pornofilm in HD-Qualität, dann sind das natürlich Daten, die die NSA gar nicht speichern will, denen reicht es ja aus zu wissen, welche Adresse das war, die könnten das ja aus den USA selber runterladen, das heißt, an dieser einzelnen Zeit, wo etwas abgehört wird, werden erstmal diese Daten halt getrennt und dazu wird eben, wie man es hier sieht, diese, die, also werden einmal aus dem Datenstrom einzelne Benutzersitzungen rausgefiltert und die werden halt zerlegt und da werden eben die Bestandteile rausgefiltert, die interessant sind, das heißt also quasi Logins, E-Mail-Adressen, was vorhin auch gesehen haben, all diese Kategorien nach Protokollen aufgetrennt und dann werden eben entweder Metadaten oder die ganzen Daten dort vor Ort erstmal auf einem Rechner abgespeichert und bleiben auch da abgespeichert, das heißt, wenn ich dort jetzt eingebe, Markus Kompa, Markus Kompa fährt nach Japan, dann wird an der Unterseekabelstation in Japan, werden die Daten abgespeichert, die darüber gegangen sind, wo irgendwas, irgendein Bezug zu Kompa erkennbar war und in Frankfurt am DZIX, wenn seine Daten darüber geroutet werden, werden die wieder abgespeichert und der Agent kann dann in dem Sinne sehen, okay, in Japan gab es einen Treffer, in Deutschland gab es einen Treffer und der kann sich dann diese Daten anzeigen lassen und kann sich die dann auch in die NSA-Zentrale rüberladen, aber das ist eben kein kontinuierlicher Datenstrom, das heißt, da muss man ein bisschen nachdenken, was man für Abfragen stellt, muss sich irgendwie so eine Query überlegen, die ins System reingeben, gucken, was man für Treffer kriegt und das dann halt weiterentwickeln und das ist das, was da im Grunde genommen passiert und da geht es einfach nur jetzt sage ich mal grundsätzlich halt um den Prozess, wie diese Daten halt da erhoben werden und dieses ist ein Verfahren, das kann man also überall machen, das ist nicht auf Satellitenverbindungen beschränkt und ist auch in den Unterlagen so nicht erkennbar, dass sich das nur auf ausländische Satellitenverbindungen beschränkt, das kann man halt genauso gut auch mit Unterseekabeln machen oder in einem Rechenzentrum. Wenn man das machen will, dann würde es eigentlich am meisten Sinn machen, in ein Rechenzentrum zu gehen. Warum ist das so? Das Rechenzentrum ist das Einfachste. Der Punkt ist, viele Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wie es zum Beispiel in einem Netzwerkknoten in Frankfurt aussieht. Denn es ist nicht so, dass es ein Gebäude ist, wo irgendwelche Leute vom DZIX sind und die dort keinen reinlassen, sondern im Grunde genommen ist ein DZIX, ein Netzwerkknoten, nur ein Makler. Der ist selber Mieter in einem Rechenzentrum, das heißt das Gebäude gehört ihm gar nicht und hat dort Netzwerkequipment, wo er allen Providern den Zugang zu diesen Netzen gibt, die sich dort peeren können. Leute können jetzt in diesem Rechenzentrum sich dort einen Raum mieten und können in diesem Raum reinstellen, was sie wollen, ein Equipment, haben dort quasi eine Co-Location und können zudem sagen, gib mir bitte mal ein Kabel von der Deutschen Telekom, weil ich möchte mit der Deutschen Telekom peeren. Gib mir bitte ein Kabel von Level 3. Die kriegen dann dieses Peering halt geschaltet und was sie dann mit den Daten dort in ihrem Raum machen, ob sie die weiterleiten oder ob sie die zwischendurch nochmal kopieren, das ist eigentlich denen überlassen. Das kann man auch von außen gar nicht prüfen, weil es kann keiner da reingucken. Das heißt, wenn man Datenverkehr abfangen will, ist es eigentlich das Einfachste, wenn man die Möglichkeit hat, in ein Rechenzentrum zu gehen, das dort zu machen. Das zweiteinfachste sind Satellitenübertragungen, weil Satellitenübertragungen sind ja so, die Daten sind ja einfach im Orbit. Unterseekabel, habe ich mir sagen lassen, ist relativ schwierig. Entweder muss man an irgendeine Station gehen, wo die Kabel gerade anlanden und wo es so eine Umsetzung gibt auf die normale Netzwerktechnik, weil solche Kabel irgendwie unter Wasser anzuzapfen, ist halt ziemlich schwierig. Man kann sowas auch probieren. Dann muss man, wenn man die Kabel aufschneidet, dann fällt das aber auf, deswegen werden die dann gebogen. Das ist wohl ein ziemlich komplizierter Prozess. Wenn man sowas machen will, fällt das auch in der Regel auf. Da wurde mir gesagt, was man machen kann, ist, dass man halt irgendwie einen Fischtrawler mietet und das Kabel erstmal zu Klumpf fährt. Dann fällt es aus für drei Wochen, bis die mit dem Schiff zur Reparatur hingefahren sind. In der Zeit kann man dann möglicherweise irgendwie manipulieren, weil das merkt dann erstmal keiner. Und dann, wenn es wieder in Betrieb genommen ist, ist man in der Leitung drin. Was da genau gemacht wird, wissen wir nicht. Wir haben ja aber in Schleswig-Holstein momentan dazu eine Anzeige laufen, die auch beim Generalbundesanwalt mittlerweile gelandet ist, wo sich der Generalbundesanwalt damit beschäftigt, ob die Firma Level 3, das ist ein Netzwerkbetreiber, der das Atlantic Crossing One Cable betreibt, ob dieser Netzwerkbetreiber möglicherweise dort Datenverkehr widerrechtlich ausleitet. Insofern, wenn der Generalbundesanwalt das Verfahren dort übernimmt, dann spricht es dafür, dass dort der Verdacht vielleicht nicht ganz falsch ist. Okay, gibt es da noch Fragen zu dem X-Keys-Score? Dann, ich will noch auf was anderes hinaus, und zwar, was wir auch gesehen haben, Boundless Informant. Dieser Boundless Informant ist ein Leitstand für die Datenerfassung. Das heißt, da wird quasi global gezeigt, wie viele Datensätze werden halt überhaupt global erfasst. Dieses DNR, das sind Call Detail Records, also Telefongespräche, und das ist DNI, das ist Digital Number Recognition. Und die SIGAT, das sind quasi diese Datenquellen. Also wenn ich zum Beispiel im D6 halt drin hänge, dann wäre das eine Datenquelle. Tempora zum Beispiel wäre halt in dem Sinne eine Datenquelle. Also Tempora wäre dann eben so eine Geschichte wie X-Keys-Core, das wäre dann eben so eine Zeit in der Location. Und da sieht man dann eben, wie viele Daten weltweit erfasst werden. Und das ist halt wichtig, weil früher war das halt so, früher hatten wir mal darüber keinen Überblick, da musste man immer die Leute fragen, jeder musste dann Statistiken liefern. Und heute ist das eben so, dass man dieses global halt in dem System dargestellt hat. Das heißt, welche Daten aus welchen Quellen halt gekommen sind, aus welchen Ländern, wie ergiebig die Länder arbeiten, damit die Leute bei der NSA dann einen Überblick haben. Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, diese ganzen Daten werden offenbar alle erfasst. Das heißt, die Telefonmetadaten, die Daten, die ihr alle bei Google Plus eingegeben habt und bei Facebook und auch teilweise Daten, die eben über das Netzwerk gehen, sofern danach dann gefiltert wird. Und die kriegen dann die Agenten irgendwo angeboten, aber das können die ja auch alles gar nicht lesen. Die Frage ist ja, die eigentlich spannende Frage, wo wir auch noch relativ wenig drüber gehört haben, was die Dokumente anbetrifft, was passiert denn eigentlich mit diesen ganzen Daten? Und da ist es eben so, die NSA baut eben in Utah ein Superrechenzentrum auf. Es hat also eine Kapazität von 1 Jota-Byte, das sind ungefähr 140 Gigabyte pro Erdbewohner heutzutage. Das kann halt in dem Sinne 20 Terabyte pro Minute an Datenlast bewältigen. Und das soll also die abgefangene Kommunikation dort für mindestens 100 Jahre speichern. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Kinder von euren Kindern, die könnten im Grunde genommen, wenn die bei der NSA anfangen würden, genau gucken, was ihr eigentlich so in eurem ganzen Leben im Internet gemacht habt, weil das da alles abgespeichert ist. Das heißt, dort werden halt für die Personen, die in der Fahndung sind, sogenannte Data Trails abgespeichert, also ihre komplette Historie, was die also alles gemacht haben, was die sich für Videos angeschaut haben, was die für E-Mails geschrieben haben. Insbesondere werden da alle verschlüsselten Daten auch gespeichert und effektiv hat man dann halt, sage ich mal, eine Art digitalen Doppelgänger. Problematisch ist dabei natürlich, wenn ich extrem viele Daten sammle, dann kann ich damit eigentlich alle möglichen Storys über jemanden erzählen, vor allen Dingen im Internet. Und ja, das bietet natürlich auch vor allen Dingen die Gefahr, dass Unschuldige da irgendwo dann auf einmal verdächtigt werden. Es geht auch darum, Verschlüsselung zu brechen. Deswegen hat man da auch sehr viel Rechenleistung installiert. Also diese 20-Peter-Flops ist also so ziemlich der schnellste Superrechner, den man sich jetzt momentan überhaupt vorstellen kann. Und die Inbetriebnahme ist nächsten Monat. Gut, dann will ich nochmal auf eine Sache hinweisen, auf einen Aspekt hinweisen, der in dem Zusammenhang auch ganz, ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Und zwar ist es jetzt so, wenn wir über diese Überwachung sprechen, dann müssen wir erkennen, dass wir diese Überwachungsmaßnahmen nie isoliert betrachten können. Wir müssen, das sieht man auch bei dem Thema, bei dem Thema Prism ganz deutlich, wir müssen das immer im Zusammenhang sehen von privatwirtschaftlicher und staatlicher Überwachung. Weil viele glauben halt, okay, ich bin bei Facebook, aber ich kann ja jederzeit das Konto einfach schließen und dann müssen die meine Daten ja löschen, dann bin ich aus der Sache raus. Ist aber nicht so, weil die Daten, die Facebook über die Leute gespeichert hat, die bleiben natürlich bei der NSA gespeichert, weil das Rechenzentrum in Utah, das löscht halt nichts. Das heißt, die Daten, die bei Facebook über euch drin sind, die sind jetzt auch in Utah und die bleiben auch in Utah. Und es ist eben so, man muss auch dabei sehen, dass eben solche privatwirtschaftlichen Unternehmen auch einen Beitrag dazu leisten, die Geheimdienste zu unterstützen, ob nun bewusst oder unbewusst, weil es ist eben so, es gibt eben einmal die Informationen, die ich dort bewusst eingebe, Profildaten. Es gibt dort unbewusst erzeugte Informationen einer Sitzung, aber der Dienstanbieter leitet ja daraus auch Daten über euch ab, denn da möchte er wissen, fahrt ihr gerne Ski, fahrt ihr Motorrad, was esst ihr gerne und so weiter, damit er euch entsprechend an Werbekunden halt eure Adressen weitergeben kann. Und auch diese Daten, die ein Anbieter wie Facebook im Hintergrund über euch generiert, wo Facebook sich über euch eine Meinung bildet, diese Daten kriegt ihr nie zu sehen, aber die NSA natürlich. Deswegen ist es auch so, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt irgendwelche Unterseekabel anzapfe, da kriege ich auch eben immer nur einen Bruchteil von diesen Daten, weil ein anderer Teil ist verschlüsselt oder es läuft gerade über ein Kabel, wo ich nicht drin bin. Wenn ich aber über das Prisenprogramm gehe, dann kriege ich eigentlich in dem Sinne alle Daten, weil ich rufe die ja direkt bei Facebook ab. Deswegen ist es auch so ergiebig, weil ich dort eigentlich an Daten rankomme, die auch in eurer Benutzersitzung gar nicht drin sind, weil andere über euch schon ein Profil erstellt haben. Deswegen ist es halt besonders effektiv. Ein anderes Beispiel, wo man das sehen muss, diesen Zusammenhang zwischen staatlicher und privater Überwachung, ist dieses Beispiel in Russland, das ist jetzt, will ich trotzdem mal erzählen. Da gab es eben Mobilfunkanbieter, die haben die Packet Inspection eingeführt, um ihren Kunden halt spezielle Verträge anbieten zu können, wo die dann zum Beispiel kein Voice-over-IP machen dürfen und so weiter. Nachdem der FSB dann dort auch so eine Art Data Retention eingeführt hat, hat er die erst mal dazu verdonnert, dass die mit der die Packet Inspection eben auch genau rausfiltern müssen, wer welche Protokolle benutzt und so. Das heißt, wenn derartige Technologien, die in die Privatsphäre eindringen, auch bei privatwirtschaftlichen Unternehmen einmal installiert sind, dann können natürlich Geheimdienste auch diese Daten halt dann einfach, sage ich mal, sich aushändigen lassen über irgendwelche Geheimgerichte und dann werden die Daten dort missbraucht. Und das ist das, was passiert. Deswegen, wenn wir uns über Überwachung unterhalten, über staatliche Überwachung, dann können wir das Thema nicht isoliert diskutieren, wir müssen das immer im Zusammenhang diskutieren. Gut, die Politik, was hat die Politik damit zu tun? Ja, die Politik hat halt verschiedene Vereinbarungen getroffen. Es gab eben einmal diese sogenannte Verwaltungsvereinbarung aus dem G10-Gesetz, die ist kürzlich außer Kraft getreten. Es gibt aber genauso auch andere Vereinbarungen über die Zusammenarbeit. Das heißt zum Beispiel dieses geheime Memorandum of Agreement zwischen BND und NSA zur zukünftigen Zusammenarbeit. Es gibt auch genauso gut ein Forschungsabkommen im Bereich Heimatschutz, das Annette Schawan als ehemalige Bundesforschungsministerin in 2009 mit Amerikanern geschlossen hat. Das heißt, da sind auch dann so Dinge vereinbart worden, zum Beispiel wie man zusammenarbeitet bei so Projekten wie INVECT. Das heißt also, unsere Bundesregierung ist eigentlich an Überwachung interessiert, hat sich auch an der Stelle engagiert und wird ja auch von den Amerikanern an der Stelle gelobt. Ganz interessant ist, wie dann die Bundesregierung mit diesen ganzen Vorwürfen umgegangen ist. Hier sieht man mal die Zuständigkeiten und da fällt uns halt eigentlich mal Folgendes auf. Eigentlich ist der Herr Pofalla der Beauftragte für Nachrichtendienste und er ist auch der Koordinator. Das heißt, der koordinierte Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, wenn also hier ein Verdacht im Raum steht, dass der BND halt Daten an die NSA gibt und dieser Verdacht ist ja durch diese Veröffentlichung vom Spiegel halt aufgekommen, dann wäre eigentlich auch der Herr Pofalla da der erste Ansprechpartner. De facto ist es aber so, dass zunächst mal Herr Friedrich vorgeschoben wurde, der in dem Sinne pro forma eigentlich gar nicht zuständig ist und da kann ich auch eine ganz interessante Geschichte mal erzählen und zwar ist es eben so gewesen, kurz nachdem, kurz vor dieser Reise von Friedrich halt in die USA, wo er also dahin gefahren ist zur NS und A, um sich das alles noch mal erklären zu lassen, war das halt so, da gab es in Würzburg am 5. Juli eine Wahlkampfveranstaltung der CSU mit dem Herrn Friedrich, der auch aus Oberfranken kommt und da waren auch die, war auch der politische Geschäftsführer des Bezirksverbands Unterfranken und der Landtagskandidat aus Unterfranken, Jürgen Neuwirth und Maximilian Winkler, die waren also vor Ort und die haben da halt für Freiheit für Edward Snowden demonstriert, haben sich dann entschlossen, diese Veranstaltung auch zu besuchen und haben den Herrn Friedrich dann halt mal gefragt, was er nun dazu sagt und der Herr Friedrich sagte den beiden dann ins Gesicht, also ich bin da gar nicht zuständig, fragt doch Herrn Pofalla, äh Herrn Pofalla, ja. Tatsächlich ist dann aber Friedrich in die USA geflogen und nicht Pofalla und das heißt also auch, Friedrich hat sich offenbar da gar nicht zuständig gefühlt, das heißt Friedrich war ein Ablängungsmanöver, um uns irgendwo unter zu jubeln, okay, wir haben mit denen gesprochen und jetzt passt ja alles und es werden auch keine deutschen Daten abgegriffen, aber das muss man eben so sagen, ich würde jetzt gern noch ein Video von Herrn Pofalla zeigen, das wird aber jetzt nicht funktionieren, es ist auch schon die Zeit fast abgelaufen, wo Herr Pofalla also behauptet, deutsche Daten werden aus dem Datenstrom herausgefiltert, ja natürlich werden jede Menge Daten herausgefiltert, aber es geht auch nicht unbedingt darum, was herausgefiltert wird, die Gefahr von solchen Instrumenten liegt ja auch darin, dass wenn sie einmal installiert sind, das heißt, wenn ich halt dieses X-Keyscore im DZIX drin habe, auch wenn ich dann erst mal sage, alle E-Mails mit DE-Adresse, die filter ich meinetwegen raus, das kann ich ja machen, nur, es besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit, diese Schnittstellen aufzudrehen, das ist ähnlich mit den Etsy-Schnittstellen Telefonanlagen, das heißt, die ganze Infrastruktur, ja, also hier, ups, kommen wir jetzt da nochmal hin, hier, die ganze Infrastruktur in der globalen Überwachung, die ist schon installiert, die Technologie ist entwickelt, die Technologie ist einsatzbereit, die Technologie arbeitet, möglicherweise ist es so, dass es Leute gibt, die sagen, okay, der ist Amerikaner, okay, das sind Deutsche, aber wir haben ja auch zum Beispiel im arabischen Frühling halt gesehen, was dann passiert, wenn, sage ich mal, Not am Mann ist, dann werden eben diese Dinger ganz schnell aufgedreht und auch Daten missbraucht, das heißt, diese Technologie ist schon allein deswegen gefährlich, weil sie existiert, weil sie einsatzbereit ist, auch wenn sie heute vielleicht eingeschränkt nur eingesetzt wird, was man ja aber auch nicht weiß, das heißt, auch Herr Pofalla kann letztendlich ja nicht beweisen, dass diese 500 Millionen Datensätze, die in Deutschland angeblich jeden Monat erfasst werden, dass die sich nicht auf deutsche Staatsbürger beziehen. So ganz entkräften kann er das ja nicht. Ja, ich möchte noch mal eingehen auf den Acht-Punkte-Plan von der Frau Merkel. Frau Merkel hat ja vor ihrem Urlaub den Acht-Punkte-Plan verabschiedet und da sind mir, also ich kann aus meiner direkten Erfahrung da jetzt auch mal zu einem Punkt etwas sagen und zwar an einem runden Tisch der Sicherheitstechnik. Im IT-Bereich sollen Politik und Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus Deutschland bessere Rahmenbedingungen erarbeiten. Unterstützen soll das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Ist ja interessant. Das heißt, Frau Merkel kümmert sich also, sorgt sich also darum um unsere IT-Sicherheit, möchte vor allen Dingen vielleicht auch, dass mittelständische Firmen da besser geschützt werden. Wie stellt sich das denn eigentlich dann an der Basis da? Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jemand, der seit einiger Zeit sich in dieser Krypto-Party-Bewegung engagiert und da auch so Krypto-Partys veranstaltet und kurze Zeit nachdem die Frau Merkel das also gesagt hatte, jetzt hoffe ich, dass ich das jetzt hier öffnen kann, dass mich jetzt mein PC nicht im Stich lässt. Ja, vielleicht erzähle ich es einfach ganz kurz, bekamen verschiedene Leute, die sich bei Krypto-Party engagiert haben und auch auf der Mailingliste waren, also eine E-Mail von dem Branchenverband, wie heißt der, Teletrust, da ist also auch das BSI-Mitglied und das BKA und da hatte man also da rum gebeten, dass Krypto-Partys auch für Firmen durchgeführt werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass dabei nicht exklusiv nur Open-Source-Software beworben wird. Ich verstehe das heute halt so, Frau Merkel hat den Leuten erzählt, passt auf, geht zum Branchenverband, da werdet ihr geholfen und der Branchenverband hat was gemacht, hat Leute von Krypto-Party.org auf Mailinglisten angehauen, könnt ihr nicht mal für die Firmen solche Veranstaltungen machen, so stellt sich das für mich halt heute da. Das heißt, die Bundesregierung hat da irgendwie gar nichts gemacht, jeder zeigt halt auf jemand anderen. Kann das jetzt leider dummerweise doch nicht öffnen. Gut, soweit dazu. Ja, was, ich würde gerne noch mal zum Schluss kommen. Aus meiner Sicht ist dieses Überwachungsinstrumentarium, was da zutage tritt für unsere Demokratie, sehr gefährlich, denn es bedroht einen Begriff, den ich in die Diskussion gerne mal einführen möchte. Das ist der Begriff der intellektuellen Privatsphäre. Wenn ich zum Beispiel an einem Bahnhof Leute filme, die dort auf dem Bahnsteig stehen, dann weiß ich sie schon auf dem Bahnsteig. Ich weiß aber nicht, was die Leute denken. Wenn ich natürlich im Internet die komplette Kommunikation aufzeichne, in der Form, wie das die NSA macht und das 100 Jahre lang speichere über jeden oder über viele, dann ergibt sich daraus natürlich eine ganz andere, ganz andere Möglichkeiten. Und insbesondere ist es so, wenn Menschen dann, ein Effekt dabei ist natürlich, dass Menschen eventuell im Internet Angst haben, ihre vielleicht unbequemme Meinung kundzutun. Das heißt aber auch, dass damit halt kritischer Diskurs in der Gesellschaft irgendwo ausgebremst wird und eine Gesellschaft, die diese Freiräume nicht hat, die kann sich auch nicht mehr weiterentwickeln. Jeder Mensch braucht außerdem eine Privatsphäre als persönlichen Schutz- und Rückzugsraum. Und wenn man das ganze Instrumentarium sich anschaut, dann gibt es die eigentlich nicht mehr. Weil wenn ich auf Facebook unterwegs bin und mit meinen Freunden chatte und mache dort einen privaten Chat auf, kann ich eigentlich überhaupt nicht mehr sicher sein, dass das nicht irgendwo mitgelesen wird. Überwachung verschiebt auch immer die Machtbalance zwischen Überwacher und Überwachtem. Und daraus erwachsen halt verschiedene schwierige Missbrauchsfälle. Einmal die Erpressung, das haben wir zum Beispiel in Libyen gesehen, wo Dissidenten halt erpresst wurden von dem Gaddafi-Regime. Dann gibt es natürlich die Möglichkeiten der Beeinflussung und Manipulationen. Derjenige, der Menschen in der Form bewacht, sieht natürlich viel eher, wie zum Beispiel eine Stimmung auch ist. Das heißt, wenn ich ein soziales Netzwerk überwache und es kommt irgendwie raus, wäre ich so ein Skandal? Ja, die NSA hat natürlich sofort gewusst, ist das jetzt für uns problematisch? Wie viele Leute sehen sowas kritisch? Weil die kriegen ja diesen ganzen Verkehr aus den sozialen Netzwerken halt mit. Dadurch hat man natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, Diskurse in einer Gesellschaft zu beeinflussen, wenn man halt wirklich weiß, was alle Leute in sozialen Netzwerken, in Chats oder in E-Mails schreiben. Das heißt, man kann dann sehr viel eher einschätzen, ob man jetzt zum Beispiel im Rahmen von so einem Skandal doch lieber ein bisschen was einräumen möchte oder alles abstreiten möchte. Und damit verschiebt sich das Machtgefüge zwischen dem Staat und den Bürgern. Und es ist natürlich auch so, wenn man halt Diskriminierung, das ist eben auch so ein Punkt. Das heißt, effektiv wird ja da gesagt quasi, es gibt bestimmte Merkmale, wenn jemand verdächtig ist und wenn die auf dich zutreffen, bist du verdächtig und dann wirst du diskriminiert. Das heißt, Menschen werden da in Schubladen eingeordnet und das passiert mindestens in der ersten Stufe vollautomatisch. Das heißt, das ist quasi ein automatisiertes Gerichtsverfahren, was da stattfindet, wo dann eben gesagt wird, dieser Mensch ist ein Gefährder oder er ist eben kein Gefährder. Und auch das ist natürlich bedenklich. Was wären halt Leitlinien für künftige Überwachungsgesetze? Also der erste Punkt wäre halt, man muss die Konsequenzen daraus ziehen, dass Überwachung eigentlich die Kluft zwischen Privatwirtschaft und Staat heute mehr und mehr überwindet. Es ist heute eben nicht mehr so wie früher, dass es nur den Staat gibt, der dort seine Datenbanken hat und dort die Wirtschaft, sondern heute ist es halt eigentlich, sage ich mal, fließend und diese Grenzen werden immer weiter verschwimmen. Deswegen darf sich auch die Kontrolle zum Beispiel durch Datenschützer nicht nur auf staatliche Akteure beschränken, sondern man muss in dem Sinne auch bei privaten Unternehmen immer die Frage stellen, wie sich die Daten, die da erzeugt werden, im Gesamtkontext auch einer staatlichen Überwachung auswirken können. Ganz einfach, man braucht im Grunde genommen, also eine sinnvolle Maßnahme wäre halt ein Opt-in statt ein Opt-out. Das heißt, ich muss immer zustimmen, dass meine Daten gespeichert werden, anstatt dass ich widersprechen muss. Der zweite Punkt, verdeckte Überwachung ist unzulässig. Überwachungsmaßnahmen dürfen niemals verdeckt stattfinden, weil dann wichtige Kontrollmechanismen einer kritischen Öffentlichkeit versagen. Die müssen für die Öffentlichkeit immer transparent und greifbar sein. Drittens, totale Überwachung ist unzulässig. Das heißt, um Schaden zu begrenzen, dürfen keine Pauschalvollmachten ausgestellt werden, so wie im Fall der NSA, wo gewissermaßen ein Gericht einmal für drei Monate, für ein Jahr diese Entscheidung trifft und dann gewissermaßen, sage ich mal, die Regel lautet, Schatzi, du weißt doch, wo die Sachen sind, nimm dir, was du brauchst. Sondern es muss eigentlich immer so sein, dass wenn staatliche Stellen auf Daten zugreifen wollen, dass die eigentlich für jeden individuellen Fall, den sie da behandeln, sich das halt genehmigen lassen müssen. Gut, und letzter Punkt natürlich, man muss einfach zu der Erkenntnis kommen, dass Überwachung eigentlich immer schädlich ist. Das heißt, immer dann, wenn ich Menschen überwache, dann entsteht in der Gesellschaft irgendwo ein Schaden. Den kann man vielleicht nicht sehen, aber er ist immer da. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und man muss dann eben, sage ich mal, schauen, dass wenn man schon überwacht, dass man den Schaden möglichst gering hält, zu sagen, das tut ja keinem weh, da passiert ja keinem was, ist absolut falsch und wird eben durch die Theorie der Intellectual Privacy auch widerlegt. Gut, damit bin ich erstmal mit meinem Vortrag soweit zu Ende. Ich habe fünf Minuten überzogen, bitte das zu entschuldigen. Genau, aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Affäre noch lange nicht zu Ende ist. Sie wird weitergehen und vielleicht schon auf dem nächsten Kongress sehen wir uns ja dann wieder. Danke euch fürs Zuhören. Da gibt es noch Fragen? Ja, also warum sie geheim sind. Genau, also ein Argument, was da gekommen war, war eben das, was man gesagt hat. Es ist also bekannt, dass es in der Gesellschaft einen Chilling-Effekt gibt. Das heißt, wenn ich Leute überwache, verhalten sie sich anders. Das heißt auch, Kritiker werden dann vorsichtiger sein. Und da hat man gesagt, wir halten das halt geheim, damit wir diesen Effekt vermeiden. Das ist natürlich ein Schwachsinnsargument, weil der Punkt ist halt, derart massive Bewachungsprogramme kommen immer raus. Also man kann nicht alle Menschen überwachen, ohne dass es jemals rauskommt. Das ist natürlich Quatsch. Und es ist ja auch so, dass all die Dinge, die jetzt rauskommen, die sind ja vorher auch schon kolportiert worden. Nur die Leute hatten eben keine Dokumente, um das zu beweisen. Aber die Vermutung, dass halt bei den Telefongesellschaften Daten erhoben werden, die gab es schon vorher. Aber das Argument ist natürlich ganz einfach. Wenn man Leute überwacht, dann das will eigentlich keiner. Und vor allen Dingen, wenn man in Amerika Amerikaner überwacht. Also ein bisschen so die Doppelzüngigkeiten der Debatte ist ja auch die, dass eben gerade die, also die Amerikaner haben sich natürlich total darüber aufgeregt, dass sie eine Riesensauerei, dass Amerikaner überwacht werden. Aber wenn die NSA halt irgendwelche Unterseekabel im Ausland abhört, dann klatschen die in die Hände und sagen, jawohl, macht es ja einen guten Job. Das ist eben auch der Punkt dabei. Überwachung ist immer dann gut, wenn andere überwacht werden. Wenn man selber überwacht. Und deswegen denke ich mal, dass das auch von Snowden taktisch relativ klug war, mit dem Thema anzufangen, weil damit hat er erstmal dort auch das Bewusstsein der Leute halt entsprechend, ja, angeregt. Man könnte ja auch ein Verfahren haben, dass sie zum Beispiel nur nach einem Jahr, bevor sie die Verfahren übrigens machen müssen. Sind die sozialistischen Angelegenheiten, die sich ja auch so etwas einladen können. Die sich dann sagen, okay, da hat den Verbrecher da auch nicht? Ja, klar. Also es gibt ja, in Deutschland ist es ja so, da wird ja auch berichtet. In Deutschland gibt es ja diese Berichte. Nur ist es natürlich so, wenn ich über das alles, was die NSA macht halt wirklich, also man muss auch wissen, die NSA ist ein ausländischer Nachrichtendienst. Die sagen natürlich auch, sie wollen ihre Methoden halt nicht öffentlich darstellen, was sie machen. Weil dann könnten ja Verbrecher sich darauf einstellen. Also die rechnen immer damit halt, dass sie Leute halt irgendwie dann fangen, weil die Leute ihnen ins Netz gehen, weil die nicht wissen, was sie machen. Das ist eins ihrer Argumente. Das ist eins ihrer Argumente. Das ist auch sicherlich einfach das Schwierige an der Stelle. Und vielleicht ist es auch teilweise, dass unter dem Schock vom 11. September nachvollziehbar, weil ja da die Geheimdienste weniger zusammengearbeitet haben. Aber, ja. Ja, ja, möglicherweise. Also sicherlich ist alles das, was wir jetzt gesehen haben über die NSA, sicherlich so, dass das Motto jetzt ist, okay, jetzt machen wir es mal richtig. Also klar, das ist halt irgendwo eine Gegenbewegung. Trotzdem ist es so, sie hat negative Effekte. Man muss sich damit kritisch auseinandersetzen. Genau. Ich erkundige mich jetzt gleich nochmal, Patrick, du bist jetzt nach mir dran. Dann, genau, weil der Patrick Breyer wollte jetzt was erzählen, auch zum Thema Bestandsdatenauskunft, glaube ich, und Verfassungsbeschwerde. Das heißt, das wäre jetzt in dem Sinne, sage ich mal, auch vom Ablauf her gar nicht schlecht. Wir haben jetzt halt so ein bisschen, Patrick, geredet über Prism und über X-Key-Score und über die Dinge, die die NSA tut und vergessen dabei vielleicht, was unsere Bundesregierung hier in Deutschland alles so geplant hat. Genau. Wenn dann keine Fragen mehr sind, würde ich halt an der Stelle mich auch fürs Zuhören bedanken. Vielleicht einen Punkt, den ich noch erwähnen würde, ist vielleicht, wir sind ja in der Piratenpartei, arbeiten wir intensiv an dem Thema und wir treffen uns da auch jeden Montag um 19 Uhr im NRW Mambel im Raum AG Netzpolitik und es gibt dazu auch eine PET-Instanz und es gibt dazu auch eine Wiki-Seite und da werden also die ganzen Informationen so gesammelt und wer da Interesse hat, an dem Thema mitzuarbeiten, ist da ganz herzlich eingeladen, dass er sich da mal blicken lässt. In diesem Sinne, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. 今回, wir 41 Jahre alt, haben wir viele sogenannte Zuhören. So, ich glaube, wir hatten eine Botschaft, aber es können wir in der Philippbrahim in der Video waren. Mit dem Thema delegieren, ich sehe nachdem es Ihnen da aus.